Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Ja, wir reagieren heute mal auf den wahrscheinlich wirklich besten Sniper der Welt. Den haben mir letztes Mal so viele Leute kommentiert, dass ich unbedingt mal auf ihn reagieren soll. Nein, es ist nicht spready und es ist nicht pommage. Und ich habe mir was Besonderes überlegt, Leute. Und zwar, bitte schickt mir an die eingeblendete Mail-Adresse hier einfach irgendwelche Clips von euch. Es können Turn-On sein, es können krasse Feeds sein, es können Gameplays sein und es können Snipes sein, es kann alles sein. Bitte als nicht gelisteter YouTube-Link. Das habe ich ja schon bei Fortnite gemacht und das will ich jetzt auch bei COD machen. Also einfach ein paar Clips senden. Link ist in der Videobeschreibung. Adresse steht in der Videobeschreibung, Leute. Bitte einfach ein paar Clips da hinsenden und dann könnt ihr mit ein bisschen Glück in der nächsten Folge dabei sein. Wir reagieren heute nochmal auf eine ganz krasse Montage. Und zwar von Face Testament. Mit dem war ich sogar schon in einer Lobby, also von Testy. Eine 11 Minuten komplette Zerstörungsmontage, Leute. Ich habe noch nicht reingeschaut, ich habe nur ein bisschen durchgeskippt. Und da ist mir Folgendes aufgefallen. Und zwar sind da so hart Copyright-geschützte Lieder drin. Wenn ich das Video so hochladen würde, würde es gesperrt werden. Deswegen machen wir das Ganze folgendermaßen heute. Ich werde selber Musik einfügen. Und wir gucken uns einfach an, reagieren auf die Snipes ganz easy. Wenn ihr dann später nochmal das ganze Ding sehen wollt, dann könnt ihr natürlich in der Videobeschreibung klicken. Verlinke ich euch das Original mit der Originalmusik. Wie gesagt, ich kann es hier sonst nicht machen. Aber ich würde sagen, meine Meinung dazu interessiert euch ja vielleicht. Wir schalten um. Ganz oldschoolmäßig bin ich an der Playsy in der YouTube-App hier. Und gucken wir das Ganze mal jetzt gemeinsam an. Okay. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was uns hier erwartet, Leute. Also ich bin wirklich ultimativ hyped auf diese Black Ops 4 Montage. Endlich eine vernünftige Montage. Ja, ich habe die ganze Zeit drauf gewartet. Ich gucke jetzt natürlich auch extra ohne Sound, damit es mir geht wie euch. Also damit man das Ganze feiern kann auch so. Also Testy ist wirklich auch in der Szene, hat auch Umid zu mir gesagt. Im Übrigen, sorry, dass ich letztes Mal Aimbrot vergessen hatte. Habe ich wirklich nicht mit Absicht gemacht. Ähm, Testy ist halt wirklich in der Szene wohl in Black Ops 4 der gehypteste Sniper-Mid. Ist sogar ein Europäer. Deswegen bin ich schon mit ihm in einer Lobby gewesen. Alter, was war das für ein heftiger Clip, Leute. Ach du heilige Scheiße. Also es ist wirklich der Wahnsinn. Und ich habe mich so auf seine Montage gefreut. Und vor zwei Tagen kamen sie und endlich dachte ich mir, das muss jetzt rausgehauen werden. Also man sieht schon, er ist hier komplett am Reingehen die ganze Zeit permanent, Alter. Wirklich die cleansten Feeds überhaupt. Ich bin einfach begeistert und ich freue mich jetzt krass, das mit euch anschauen zu können. Der Gamer-Tag sieht auch so böse aus, Testament, Alter. Und so wie ich den kenne, ist da, Alter, ein Triple Collateral einfach mal. Easy XP. Wird da kein schlechter Clip dabei sein. So wie ich den Burschen einschätze. Im Übrigen, der Typ war geil geschockt hier. Also man sieht jetzt schon ein Triple Collateral in einem Spiel. Und macht jetzt noch einen schönen Feet. Ach du Scheiße, was ist das für ein Feet gewesen? Also Leute, mal kurz Stopp hier an der Stelle. Wie geil sind diese Clips bisher? Also ich denke, jetzt müssen Spread und Pamarsch echt nachlegen, um hier was ähnlich krasses rauszuhauen. Also ich hoffe mal, dass hier noch einiges Geiles kommt. Und vor allem 11 Minuten. Baba. So. Zack. 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 Den hat er einfach mal so mitgenommen. Hat ihn gar nicht interessiert. Also ihr seht schon, wenn man sowas zum ersten Mal sieht, ist man halt komplett geflasht. Alles klar, Digga. Der Typ im Spawn musste aber komplett los. So, okay. Also es ist glaube ich in Black Ops 4 aufgrund von Ikia gar nicht so leicht, ein Quad-Feet zu machen. Weil immer wieder einer dazu... Oh shit. Okay. Der war heftig, Freunde. Der war wirklich total heftig gerade. Und jetzt... Oh geil. Innihilator. 4. 5. Digga, muss los. Er spielt viel Team Deathmatch. Naja, Ikia ist halt... Ihr kennt es, Leute. Ikia gibt halt auch manchmal den Leuten den Kill, die ihn vielleicht weniger verdient haben. Und deswegen ist es glaube ich gar nicht so leicht, ein Feed zu machen. Sieht auch viel mit der Koschka jetzt, ne? Das war früher nicht so. Da war echt nur Parallel in Action. Alles klar, die ganzen Headshots. Da muss ich wirklich los, Leute. 1, 2, 3... Erik einkassiert vom Letzten. Also wirklich einkassiert. Der Arme. Er spielt mit dem Akustik-Sensor auf jeden Fall. Alter. Also, wie kann man... Das habe ich letztes Mal schon gesagt. Aber diesmal ist es wirklich... Digga, wie kann man... Hin oder her, dass man in der Montage die besten Sachen zeigt. Aber der hittet ja wirklich Sachen. Das ist ja wirklich teilweise geisteskrank. Also teilweise stehst du da ja... Digga, der steht da rum. Auf einmal kommen vier Gegner. Ich wäre überfordert. Und der macht die einfach weg. Als ob der... Oh, der Collateral. Über-sick. Als ob es einfach so Fliegen wären. Er hat so eine Fliegen-Klatsche am Start. Jumpshot natürlich auch getroffen. Weggesnackt. Weggesnackt. Wahrscheinlich Same Game, oder? Alles klar, Digga. Nochmal einen. Komm, den holst du auch noch. Natürlich. Ah, den auch noch? Nee, das war nur ein Hitmarker. Ach ja, Leute. Dem dritten wurden wir Ehre auch genommen. Jetzt habe ich hier... Das Folographic-Side. Mit der Paladin. Habe ich auch selten gesehen, muss ich ehrlich sagen. Da wollte er wahrscheinlich ein... Ein Feed wollte er mit dabei haben, vermute ich einfach mal. Also, er macht, glaube ich, nichts unter Quad-Feed, außer es sind Headshots. Da reicht auch mal ein Triple. Ah, alles klar, Digga. Der N-Night-Later war so sexy. Ich glaube, ich bin gekommen. Der N-Night-Later war ja so sexy. Der Typ war komplett überfordert gerade. Guck mal, er wird auch so angeschossen und er macht die trotzdem wirklich alle weg. Guck mal, ich weiß gar nicht, wie schnell ich reden soll, weil es so heftig abgeht. Digga. Der letzte war smooth, Alter. Ah, Nuketown ist auch schon drin. Das heißt, ein sehr aktuelles Ding. Gefällt mir. Das gefällt mir wirklich immer sehr gut, wenn die Sachen aktuell sind. Als ob die sich da gerade wirklich so zu dritt hingestellt haben. So nach dem Motto, ach, den Triple Collateral, den kassieren wir alle drei zusammen. Alle drei zusammen. Es gibt wirklich so Feed-Lobbys. Deswegen steht da auch manchmal Same Game. Weil es gibt einfach so Lobbys, da läuft es einfach zweimal am Stück gut. Es ist wirklich krass. Also das war wie damals. Ihr kennt vielleicht meinen legendären C4-Quad noch auf Meltdown. Den ich zweimal in derselben Halbzeit gemacht habe. Zweimal ein Quad, weil die Gegner sich zweimal gleich aufstellen. Und wenn du hier siehst, du killst vier Gegner, steht das Same Game, killst du nochmal vier Gegner. Dann weißt du schon, das sind so Gegner, die laufen halt immer gleich. Und das kannst du halt natürlich als so ein Feeder, wie er halt nun mal ist. Er ist ja kein Trick-Shotter, er ist ja eher ein Feeder. Kannst du das natürlich ideal für dich nutzen. Und dass das kein Collateral war, war schon frech. Aber dann hat er ihn ja natürlich trotzdem noch easy geholt. Juckt ihn persönlich, glaube ich, gar nicht hier. Ach du Scheiße, ne. Es ist einfach, es ist für mich Kunst. Ich sage es immer wieder, es ist für mich eine Kunst, Leute. Es ist nicht irgendwie, keine Ahnung, du spielst einfach nur und das ist ein Killerspiel für manche und das kann gar nicht schön sein. Das hat was Schönes an sich. Diese Ästhetik einfach, dass du jeden Schuss triffst. Es ist für mich Kunst, Leute. Ohne Scheiße. Jetzt Darts und so ist ja für mich auch Kunst. Sonst würde ich es nicht so feiern. Er haut die hier wirklich alle am Stück weg. Also wirklich am Stück haut er die weg hier. Der Geile geschockt. Alles klar. Ich kann nicht mal sagen, Ami, wo kam er denn her? Was ist das für ein Spot? Oh, shit. Na, als ob er nochmal, ich dachte schon, er holt nochmal beide. Also, ich finde es einfach geisteskrank. Ich finde es einfach geil auch anzuschauen, wirklich. Also, Tasty, great player. If you, if you, if you're going to see that video, bro, great, great sniper, great sniping skills. Alter, das ist wirklich sick. Also, wirklich jetzt, diese, also, dieses weg-snappen ist, ich kann es immer wieder sagen, dieses, oh, es ist so schön, es ist so Zucker. Es ist wirklich Zucker. Zack, hau rein, Brudi. Zack, hau rein, Brudi. Zack, hau rein, Brudi. Natürlich alle. Wenn schon, denn schon, Freunde. Ich rede dafür, dass ich sprachlos bin, schon sehr viel, muss ich sagen. Wie viele Kills waren das jetzt? Wie viele Kills waren das jetzt alle am Stück? Alles klar, Digga. Ich spawne auch das dritte Mal und werde das dritte Mal geschlachtet. Da muss ich los, Alter. Collateral, Easy XP. Der wurde natürlich mitgenommen, als ob er noch nie COD gespielt hätte. Der natürlich auch weggesnappt. Oh, ich liebe Icebreaker, by the way. So geil, Alter. Es ist wirklich, es fasziniert mich einfach auf so einen ganz anderen Stern. Ah, da ist er leider gestorben. Und jetzt wieder Same Game. Hat sich noch schnell 200 Leben aufgefüllt. Jetzt kommt drei Clips in einem Spiel. Vier Attackel. Also ein Quad-Feed war schon mal drin. Jetzt haben wir, oh, der war sick mit zwei Hedgefords drin. Mit einem Hedgefords Collateral sogar. Bisschen kenne ich mich ja auch aus mit den Begrifflichkeiten, aber ich war nie der Sniper. Und wenn man das sieht, dann kennt ihr das. Ihr seht das und ihr wollt jetzt direkt online gehen, eine Runde snipen. Und ihr wisst ganz genau, wenn ihr jetzt online geht, eine Runde snipen, das wird niemals ansatzweise so laufen, Alter. What? Ah, Waffe ist natürlich auch schon... Alles klar. Ey. Hör mir bloß auf, Testi, Alter. Hör mir bloß auf, Testi. Ich hoffe, dass Pamarsch und Spread hier auch nachlegen und zum Ding rauskloppen. Und irgendwann kommt dann meine legendäre Montage, Kappa. Snackt die weg, als ob die so ein scheiß Campingbrötchen wären. Ah, man, der Käufisch. Alles klar, Digga. Alles klar, Digga. Und Collateral. Oh, war keiner oder doch? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es einer war und ob die nochmal gespawnt sind. Bild zu dem Lasten. Ah, jetzt kommt auch hier einer. Das ist Blackout. Oh, jetzt kommt ein Blackout-Clip. Da sieht man ihn auch anscheinend gerade. Das scheint er zu sein. Ich kenne ihn, wie gesagt, nur ohne Facecam. Wie der Typ gefahren ist, Leute. Vielleicht ist das hier so ein High-Kill-Gameplay von ihm. Kann ja sein, fünf Kills hat er jetzt schon, das Leben noch 51. Dementsprechend könnte das schon hinhauen. Da kriegt man echt mal Bock auf ein bisschen Blackout-Spielen, Leute. Vielleicht zocke ich mal ein bisschen Blackout. Vielleicht habe ich mal ein bisschen Bock drauf. Ich habe es echt viel zu selten bisher gezockt. Ich bin echt so ein reiner Multiplayer-Spieler. Okay, neun Kills hat er jetzt schon. Das ist echt eine sicke Runde. Hat er gemessert, der Gegner? Okay, er hat die Montage natürlich ein bisschen verlängert dadurch. Gucken, wie viele Kills das werden. Das könnten 25 Kills werden, theoretisch, wenn es so weitergehen würde. Aber das wäre jetzt schon krass, wenn er 25... Oh, das könnten sogar theoretisch mehr werden. Oh, da war er fast down. Alter, was ist das für eine Runde? Oh, er hat ihn echt aufgehoben. Okay, jetzt hat er ihn geholt. Jetzt finisht er ihn auch gleich. Okay, 19 Kills. Es könnten wirklich 25 werden. Komm, schon finisht den für den 21. Oh Gott, oh Gott. 22 Kills hat er jetzt schon. Digga, ich hätte... Okay, alles klar. Oh Gott, er braucht jetzt seine Bandages. Ein Gegner noch für den 25. Kill. Oh mein Gott, Digga. 25 Kills. Okay, Leute. Also, das war mal ein ultra, ultra, ultra geiles Video, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, das gerne liked. Da checkt das Original ab und schreibt mir in die Kommentare dort irgendwie, dass ihr von hier kommt, Leute. Richtig geil. Ich bin raus für heute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.